Rache an einem Tier, Sir? An der Unvernunft? Bloß, weil's euch aus blindem Trieb so zugerichtet hat? Das ist Wahnsinn. Wut haben auf etwas, das keinen Verstand hat, das ist Frevel. Ich bin noch nicht fertig, Mensch. Was du siehst, Derbeck, ist immer nur der Schein. Von allem. Aber durch die Larve hindurch, durch das Blinde hindurch, in allem, was geschieht, überall, wo ein lebendiges Wesen auftritt, in jeder Tat, die getan wird, erscheint der Schatten des Unbekannten. Das denkt und sind. Und wer zuschlagen will, muss die Larve in Stücke schlagen. Wie soll der Gefangene hinaus, wenn er die Mauer nicht niederreißt? Und Moby Dick ist Mauer. Nichts als Mauer. Und sie rückt mir auf den Leib. Manchmal denke ich auch, es ist nichts dahinter. Aber dann, dann weiß ich, es setzt mir zu. Es nimmt mir den Atem. Es hat die Kraft übermäßig von grausiger Arklist getrieben. Dies unerklärliche Sie ist mir vor allem verhasst. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!